Eine interessante, vielleicht auch kritische Frage für die zukünftige Entwicklung in der digitalen Gesellschaft ist für mich die Entwicklung der Innenstädte, der Städte überhaupt. Dadurch, dass das Internet zu Hause überall präsent ist, sind viele Tätigkeiten der Menschen in das Zuhause gewandert, die sie früher in den Städten erledigt haben. Man bucht seine Fahrkarten zu Hause, seine Reisen, erledigt Ämterangelegenheiten und eben nicht zuletzt widmet sich dem Online-Shopping und lässt sich die Dinge nach Hause schicken. Das hat natürlich auch Konsequenzen und kann eben auch zu einem Sterben von Läden und einfach öffentlicher Lebendigkeit führen. Das ist auch ein Thema, was viele unserer Interviewpartner und Partnerinnen bewegt, was sie uns eben auch angetragen haben und gerade Menschen in kleinen Städten beobachten schon solche Entwicklungen, dass es bestimmte Angebote eben gar nicht mehr gibt. Andererseits steuern natürlich die Läden auch gegen, versuchen Online-Handel und den Vor-Ort-Handel zum Beispiel zu verbinden. Also ich denke, das ist noch nicht entschieden, aber man muss das sicher kritisch begleiten, wie sich dieses Feld weiterentwickelt.